Erstmal hier so in der Bibliothek reinhauen, würde ich sagen. Ja. Ja, das sieht doch geil aus, ne? Hast du einen Bombus? Nein, aber ich kann mir einen Bombus holen. Das stimmt. Wir können ja auch mal eine kleine Farm machen oder so. Ja, könnten wir auch noch, aber dann am Festland im Flachgebiet würde ich das dann machen, da baue ich eine automatische. Ab der 1.9 können wir einen Bauernhof bauen für Tiere. Für die Tierchen? Ja, Alter, da machen wir ein riesiges Gehege. Wo wir richtig zupfen, was ich... Wollen wir für die normale Welt machen? Ja, aber machen wir es halt hier auch, ist egal. Dann züchten wir auch. Ob da... dorthin war Slime-Spawners? Äh, was ich gesehen habe bei einem YouTube-Video, da hat einer hier den Slime-Shank-Skuhm, halt immer einen Raum, nur zwei hoch, durch Wasser, also bei Wasser verrecken sie auch nicht, oder? Ja, da verrecken die. Verrecken die durch Wasser? Ja, eigentlich schon. Ja, ne. Soweit ich weiß, ja auch. Dann ist es ein altes Video. Jedenfalls hat er dann durch Wasser die hoch treiben lassen und hat sie an die Oberfläche gekriegt, sozusagen, dadurch. Na, eigentlich sterben die mittlerweile durch Wasser, soweit wie ich weiß. Müssen wir leiten, müssen wir hier zwei breite Leitern hinmachen. Aber vielleicht sollten wir noch mal unser Haus mit ein paar Fenster bestücken. Das sieht etwas dümster aus, oder? Ganz zufällig habe ich Glas. Ganz zufällig habe ich Glas schon. Ähm, komm, hat jemand noch einen Pilz? Ich stippel zu mir jetzt mal kurz die Kohle. Will jemand Glas haben, um das Fenster zu bestücken? Ähm... Äh, um das Haus zu bestücken? Ja, hier. Gib mal her. Schweizer, hast du noch einen Pilz für mich? Nein. Scheiße, muss ich mir ihn suchen gehen. Du bist voll Hasbro, merkst du das nicht? Danke. Was merke ich nicht? Du bist eigentlich voll, oder? So sah das gerade zumindest bei mir aus. Letzt an, heute bist du voll. Oh, die Sonne geht gleich wieder unter, da komme ich glaube ich wieder zurück. Oh, die Musik geht mir gerade total auf den Sack, alter. Zumal die wieder zu laut ist jetzt gerade eben. Wierst du was, ich füge jetzt, ich füge dann bald einen Plug-in ein, damit ich die, die Hirn zuschließen kann. Wie speichere ich euch aus dem Haus aus? Oh, ich habe Scheiße gemacht. Es wird mir nicht gut gefallen. Warum? Es wird dunkel. Aber es ist noch nicht dunkel. Eben, deswegen kann ich nicht mehr so lange Fenster machen. Nein, Chase hat das geschafft. Aua. Sack. Ey, jetzt hast du mich eingesperrt. Äh, was? Ey, lass mal eine Kiste zu. Na, was ist da drinne? Nichts. Ah, ich nehme, ich nehme mal das Cobblestone mit runter in die Kiste. Okay, mach das. Das Rutschland ist meins. Das habe ich auch schon hier oben. Das habe ich auch schon hier oben in der Kiste. Weißt du? Das ist alles unten in der Kiste. Na, und dann mache ich hier oben eine super Schaltung rein. Dann baue ich hier oben eine digitale Uhr ein. Nur in den Pils. So, Bett. Okay. Und wie ist einmal Hasbro der Letzte und dann lässt er einmal die Tür offen. Ey, er hat zugemacht. Wie kommt's? So, den Tank spielen wir noch und dann machen wir auch ein Päuschen. Aber du ganz leidest. Ja, genau. Und wenn ich... Ach, alter Mann. FPS-Zahl kommt zurück. Hallo, ich bin die FPS-Zahl. Oh, das geht doch gar nicht. Nein, geht nicht. Schweizer's Trick anwenden auf Fast stellen. Es ist besser so für uns. Okay, Schweizer's Trick anwenden auf Fast stellen klappt auch nicht. Jetzt habe ich Standbild. Dann macht er auf Frame-Head die Limits on. Nein, 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 warte, 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 ich mache jetzt was anderes. Ich kloppe mal schnell die Ränder-Distanz runter. So, jetzt hat sich's gefangen. Aber ich sehe nichts, wenn ich aus dem Fenster gucke. So. Ja, es hat sich einigermaßen gefangen. Naja, okay, oder auch nicht. Wow. Alter, ich eier, ich eier gerade die Treppen runter. Zum Glück kann man hier nicht stolpern. Ich habe hier irgendwie Glasklirren gehört. Nein, ist doch egal. Weil ich gerade ein Glasding zerschlagen habe? Ja, kann vielleicht sein. So, ähm, jetzt baue ich erst einmal das Haus weiter. Ja, danke. Boah, war der gemein. Ja, der war echt gemein. Also, Hasbro, dein Zimmer ist fertig hier. Und wo ist meins? Na, du hast doch den Pilz. Das hier unten ist mein Zimmer. Ne, das ist nicht dein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Ja. Ich, ich... Ah, okay, dann verleg' ich. Du kriegst ein größeres. Ich bin dann hier, ich brauch dann bloß Glas. Hier. Dankeschön. Ey, das Glas hab ich dir geschenkt. Ja, jetzt schenk ich es halt ihm. Ja, und der bedankt sich sogar noch bei dir, ne? Reicht, reicht aber nicht, ist egal. Mach ich später fertig. Der Bono Glas, aber was gebucht ich denn? Oh. Kannst du mehr Glas geben? Ich schenk's ihm auch nicht. Nein, wofür brauchst du schon Glas? Für mein Haus. Also, für meins zum Haus. Ha, verschenkst dein Glas, aber brauchst du es selber. Ne, okay, war halt ne nette Geste, ne? Jetzt gib dein Glas her. So, wenn du mir jetzt 10 Euro gibst. Soll ich dir das ja jetzt bitte geben? Facebook. Glaubst du ja selber nicht? Schon weil ich kein Facebook habe. Ja, kauf dir Facebook, ne? Vor allem kaufen. Depp. Ja, ja, mein Vater. Mein Vater hat sich vor kurzem aufgeregt. Sie hat, oder vor langer Zeit. Ui, das ist ja Glas im Ofen. Ja, das habe ich auch im Ofen gelegt. Ach so. Oder das hier im... Also davon alles, ich brauch bloß noch ein paar. Ey, ich rede gerade, der unterbricht mich, ey. So, ich nehme mir jetzt mal das fertige Glas und dann kannst du wieder mal was nehmen. So, jetzt. Ey, wisst ihr noch, wo diese Geschichte kam wegen den Partys, die durch Facebook waren, ne? Ja. Ja. Da hat sich mein Vater aufgeregt. Warum verklagen die die Seite nie und so? Und ich so zu meinem Vater, ja klar, verklagte Firma, die 34 Millionen, äh, 34 Milliarden Euro Wert hat, ne? Ja, ist aber auch so, das ist eigentlich, äh, mit dem Vibe meinst du damals nicht? Ja. Ja, das ist einfach bloß eigentlich Dummheit, würde ich mal sagen. Das ist jetzt noch meine Meinung. So, dann muss ich mal mein Zimmer einrichten. Neh, ich nehme mal mal ganzes Zeug mit. Boah, komm schon, brenn schneller. So, das könnte schon was reichen. Na, ich habe hier noch was über. Ich habe hier noch was über, wenn... Nö, die 16 reichen jetzt hier locker, die ich rauskriege. Okay. Jetzt habe ich noch ein paar Zeugen gemacht. Ich sterbe, ich verreg eh gleich, also zumindest bin ich jetzt gerade am verhungern. So. Zapp, 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 zapp. Nein, jetzt ist eine Glasstelle runtergefallen, das ist egal. Oh, scheiß, ich verreck gerade. Du auch? Ja. Egal, ich kriege sowieso nur die Hälfte des Lebens, von daher ist es auch Wurst. Ja, das denke ich mir auch gerade eben. Lass ich das offen? Was könnte man eigentlich offen? Ich habe die Kiste nicht abgebaut, ich bin so schlau. Ja. Ich teste mal was. Wenn ich jetzt als quasi vor der Begrenzung nur Zäune mache, dann dürfte ich keine Viecher spawnen, oder? Auf welche Begrenzung? Ja, kannst du ja dann mal mein Zimmer hier angucken. Ich werde dir als ein Balkon. 100% als ein Willkommen. Ja, als Zimmer. Als Zimmer am Balkon. Ja. Und das kann. Würde mich interessieren, Meister. Ich baue mir zu Zeit mein letzter Mal. So, nehme ich noch mein Bettchen mit. Na, hast du pro Kriegste Schaden? Soll ich dich mal eine Runde schlagen? Nein, sollst du nicht, weil ich noch schnell mein Bett... ...verfrachten will. So. Den Ofen lassen wir unten, würde ich sagen. Oder baut sich jetzt jeder einen eigenen? Nee, die lassen wir unten in den Ofen. Gut. Ähm... Buh... Kacke. Äh. So. Oh, nein, wo ist... Nein, nein, jetzt ist mein Game wieder laggy. Scheiße. So. Oh, man, ich will scrollen, du bödes Ding. Oh, ich hab Standbild. Oh, ich bin so dumm. Vielleicht soll ich mir mal eine Tür craften? Bei mir ist es schön für euch die ganze Zeit hier... Ich... Äh... Ja, ich selber beleidigt. Oh, bin ich dumm, ey, Kux. Ja. Weil wir über uns selbst lachen können. Sütsch. Nee, Scherz. Ah, theoretisch dürfte hier nix spawnen. Ja, rutsch ich mal durch Käse. Okay, ich bring mich jetzt um. Das teste ich da mal nächsten. Das teste ich da nächsten noch. Ah, ich bring mich nicht um. Aber ich bring mich dann nächste auf, um wieder zum Start. Denn wir machen jetzt hier gleich Feierabend, weil... Nein, warte. Du sollen auch mein Dings hier unten angucken kommen, gleich, wenn ich die Leiter angebracht hab. Ja, äh, wenn ich könnte. Es leckt grad zu sehr. Hä, warum komm ich nicht am Bett? Beifuß, 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 hier runter, hier runter. Es leckt grad tierisch, mal nochmal. So. Ihre können schlecken. Schmieds, Schmieds, Schmieds. Ja, ich muss mich nur porten. Irgendwie funktioniert das mit dem Bett nicht. Gerade. Das wird mein neues Zimmer. Mhm. Hier, 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 hier kraften wir jetzt hier Dings rein. Ne Bibliothek. Gut. Hier so, hier so die scheiß Regarde reinklopften. Mhm. Gut, ich würde sagen, da machen wir Feierabend, oder? Nein, ich will nicht. Okay, tschüss. Okay. Tschüss. Warte, darf? Warte, ich, warte, 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 ich will dich nur töten. Na, vergiss es. Ja. Hör auf. Jetzt hab ich schickt. Lass mich. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.